Willkommen zurück beim Actionweg. Wir machen uns jetzt direkt auf den Weg in die Wüste und gucken mal, ob wir unterwegs nicht noch ein paar Nazis aufmischen können. So, wir schnappen uns ganz schnell das Kamel und dann geht es auch schon los. Was haben wir hier unten? Ärger! Ärger und einen Normadencamp, da komme ich jetzt aber scheinbar gerade nicht hin. Oh, Ärger! Ja, komm doch her! Von wegen! Auf geht's! Nazi! Ach, wie süß! Guck mal! Der kann ja gar nichts! Bingo! Score 1 für Archeologie! Das ist dein Bingo! Gut! Hallo? Ich möchte hier gerne... Ah, ja! Ach, da haben wir kein Mail dafür versteckt. So, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man diese Karte lesen kann, aber vielleicht kriegen wir hier ein bisschen Hilfe. Und was machst du von dieser Karte? Hm... Diese X ist... ...und... ...und... ...hier zu dem Westen. Aha! Na gut, dann habe ich ja wohl noch eine kleine Reise vor mir. Also, weit im Süden... ...und ganz weit im Westen... ...und... ...jieip! Du hast hier kein Geschäft in dir. Ich mache dich zurück in die Stadt. Ach, Unsinn... Ich gehe nicht zurück, ich bin ein kennengelernt Archeologer. Du wirst einen Meghan Archeologer sein, wenn du nicht ausgeschaut hast. Die müssen uns eine ganze Weile begleiten in diesem Fäuste-Weg. Da werden wir noch einiges zu tun kriegen. Noch einige Faustkämpfe müssen wir da überstehen, aber gut, machen wir das halt. Die hier sind ja auch alle noch relativ einfach. Ne, komm her. So, jetzt sind wir relativ weit im Westen und auch ziemlich weit im Süden. Fragen wir hier doch noch mal nach. Was kannst du mir denn dazu mal erzählen? Was machst du von diesem Fäden? Hm, du bist sehr nahe zu diesem Fäden. Jawohl. Das X ist ein bisschen nach dem Norden und ein bisschen nach dem Süden. Ja, wunderbar. Dann werden wir das ja gleich finden, hoffe ich. Aha, guck mal an. Da oben ist noch Ärger, aber der ist uns mal egal. Na, so ein Glück. Gut. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier haben. Schau, was ich gefunden habe. Ein abandontes DIG-Site. Aha. Okidoki. Schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um. Was ist denn das? Strickleiter in den Himmel? Oh, oh. Jaip. Somebody is shooting at me. Oh, Jemini. Okay, da bleiben wir wohl ein bisschen von weg. Wo geht denn das hoch? Ist da Zeppelin oder sowas? Na gut, gehen wir mal außen rum. Mal sehen. Ja, und er lässt sich Zeit... Warum auch hetzen? Ja. Es fühlt sich als ein scharfes Holz-Ding. Es fühlt sich als ein scharfes Holz-Ding. Direkt mal einstecken. Jetzt haben wir ein Metall-Ding. Es fühlt sich als ein portabeles Generator. Oh, wie praktisch. Es fühlt sich als ein auf- und auf- switch. Hm. Jawoll. Guck mal. Ah, da kann man alles noch schon wesentlich besser erkennen. Was liegt hier auf dem Tisch? Ein Tonkrug. Es ist eine copperie Bede in hier. Jawoll, ja. Es ist ein älteres Holz-Pegg von irgendeinem Form. Einfach mal alles einstecken, ne? Wir sind hier in einem Adventure. Da nimmt man alles mit, was geht. Guck mal, ist das nicht... Guck mal, ist das nicht... Es ist ein Schatz oder Arke. Ich habe das schon gesehen. Ja, guck mal an. Die Bundeslade. Aber wenn das jetzt gleich aufgeht, lieber die Augen zu machen, ne? Du weißt, was sonst passiert. Guck mal, jetzt. Hier ist etwas, das die Nazis missen. Ja. Ein von diesen Disken, die ich nachher schrauben habe. Das ist echt praktisch. Das wurde doch hier im Buch erwähnt. Das ist doch einer der Portalsteine, die wir brauchen, um nach Atlantis zu kommen. Gibt es hier sonst noch was? Brüchige Wand. Können wir da ein bisschen, ein bisschen sauber machen? Es ist ein Mural behind this crumbling rock. Aha. Es ist ein Map of the Island of Crete with a hole in the middle. Hm, didn't I read about that in the lost dialogue? Hast du? Schauen wir doch nochmal nach. Äh, 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 ähm, hier nicht. Dö, 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 dö. Königreich erhebt, 3000 Meilen, dö, dö, dö. Ah. Die Kolonien, da, die sind wahrscheinlich gemeint. An den Vorposten genügte ein Sonnenstein, wenn Mittagslicht die Hörner badete. Hm. Können wir denn, dass da einfach... Es ist nichts, was es in place halten. Dann vielleicht damit? Dann andersrum. Ah ja. Ah, guck mal einer an. Aha, hier sind die Hörner. Hier ist dann... Also wenn die Mittagssonne die Hörner badete. Aha. Judging by the placement of the stone on this mural, I should head for Crete. Nach Kreta also. Na gut, aber das nehmen wir mit. Oh. Na toll. Also das nochmal. Oh. Ja, ich hab ja auch gar nichts gemacht. Aha. Aha. Judging by the placement of the stone on this mural, I should head for Crete. Ja, das wissen wir schon. Wir nehmen jetzt aber den Sonnenstein mit und gehen dann mal hier durch. Huh. Halt! Oh. 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 Oh nein. Oh nein. Ehrlich? Vorsichtshalber speichere ich hier mal gerade. Nur vorsichtshalber, weil ich so ein kleiner Schisser bin. Ähm. Ja, hier. Ja, hier. Ja, daneben nicht. Halt oder Arschut? Auch nicht? Kann ich hier runtergehen? Halt oder Arschut? Ja gut. Pardon me? What is it? Also. Hm. I've got this nagging rash on my knuckles. Wanna see? Try anything and you are a dead man. Langweilig. We'll see about that. Arrogant Americana. Oh. Ja, Indies überaus hitziges Verhalten verschaffte Rolf eine Tapferkeitsmedaille. Hm. Das war wohl nicht die richtige Lösung. Versuchen wir es nochmal. Aber so habt ihr auch mal gesehen. Obwohl das ein LucasArts Adventure ist, kann man hier tatsächlich sterben. Und dann ist das Spiel auch einfach vorbei. Einen Autosave gab es damals noch nicht. Also gerade beim Actionweg werde ich wohl zwischendurch ein bisschen speichern. Denn auch wenn man da mal einen Faustkampf verliert oder so, landen wir auf diesem wunderschönen Screen. Aber das Spiel ist jetzt natürlich noch nicht vorbei. Hm. I was just following Körner's orders. That's a relief because Colonel Körner will be back soon and he generally shoots people for digging around here. Stattdessen können wir dem einen Zaubertrick zeigen. Während du standest, lass ich dir einen Magik-Trick zeigen, den ich gelernt habe. Jawoll. Oh, da bin ich mir nicht so sicher. Also, Rolf. Statt Tapferkeitsmedaille gibt es jetzt ordentlich auf die Fresse. Tja, schade. So, jetzt können wir uns aber hier die Leiter angucken, ne? Das war bestimmt der, der geschossen hat. Also. Hey, da ist ein Balloon da. Ja, perfekt. Ja, wir haben ja Zeit. Kein Grund zur Hektik. Ach, guck mal an. Ach, wie schön. Jetzt kann ich hier mit dem Ballon. Ach, herrlich. Kommen wir hier einfach mal weg? Oh. Ja, ohne Kompass und ohne Karte ist das nicht so einfach. Ach, aber er macht das ja gar nicht so dumm. Er hält sich immer an der Küste. Und da sind wir dann. Ja. Und da sind wir gelandet. Wie schön. Ha. Ja, Kreta. Wunderbar. Und diese Insel werden wir dann beim nächsten Mal erkunden. Bis dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.